Grüß dich und willkommen zur Top-Herausforderung in Blunts-TD6 am 12.8.2022 auf der Karte Kubismus. Schwierigkeitsstufe leicht und das ist wirklich diesmal leicht. Wir dürfen ein Affen platzieren, 4000 Startgeld gibt es, ein Startleben, Affenwissen und so weiter ist deaktiviert. Das Ganze geht auch nur eine Runde. Okay, los geht's. So, diesmal brauchst du den Reißnagelwerfer, den kannst du theoretisch hier oder hierhin platzieren, aber am einfachsten geht es, wenn du den hier hinein platzierst. Ungefähr so und der braucht folgende Verbesserung 0, 4 und 2. Und dann kannst du auch schon Play drücken, am besten das Spiel schnell laufen lassen. Bis die Keramik-Bloons in etwa hier sind, dann würde ich das Ganze langsam laufen lassen und zwar jetzt. So, und jetzt kurz warten, bis der erste Keramik-Bloon hier ist und dann gleich mal deine Fähigkeit aktivieren und dann werden die ganzen Keramik-Bloons von diesen Sägeblättern zersäbelt. Okay, das war's, danke fürs Zuschauen, ciao, Ende und aus.